Ah, 6, zu langsam. Jetzt muss es knallen. Jetzt muss es knallen hier. Springer D5. Springer D5, ist aus. Da steht alles richtig jetzt für den Knall. Für den großen Knall. So, es geht los. Ach so, ja. Ja, die Kanalwetten, die Kanalwetten, Freunde. E4 steht auf dem Brett, aber Julius hat noch nicht gespielt. Julius wartet noch einen Moment. Julius wartet noch einen Moment. Ja, ja. Er wettet noch kurz auf sich selber. Ist das erlaubt? Also nicht. Das ist ja keine richtige Wette. Okay. Das ist keine richtige Wette, wenn ich mich selber wette. Das sind doch nur Kanalwetten. Kanalpunkte, das ist ja kein Geld. So, ihr könnt gerne starten. Ja, jetzt können Sie starten. Bitte stopp schalten. Karo Kahn. Julius, Riesentalent. Hau weg, der liebte Lemon Curry. Springer C3. Ah, G4 Variante. Mal gucken, ob er spielt. Mach das. Oh, da geht er nach vorne. Die Bauern werden nach vorne geschickt. Oh, das habe ich mal gegen Friedmann gespielt. Das ist eine scharfe Variante hier. Ja. Okay, H5. Das ist der Hauptzug, wenn mich nicht alles täuscht. Hier opfert Schwarz sogar einen Bauern. Ja, Lofa H7 muss ich machen. Jetzt muss nämlich der Läufer zurückgehen. Ich weiß nicht, ob er das weiß. Wenn er es nicht weiß, wird er Lofa H7 nicht machen, weil er keinen Bauern opfern möchte. Ja, aber man will als Karo Kahn-Spiel will man eigentlich nie erlauben, dass der Springer hier den Läufer vernascht und dann auch noch die Struktur schädigt. Also das ist hier... Wenn man es nicht kennt, dann ist der Lofa H7 ein ganz, ganz schwieriger Zug. Ja, denk nach. Er scheint den Zug nicht zu kennen. Ja. Hier springt er vier. Sebastian, entspann dich mal. Ist doch egal. Ja, ich wusste, dass er den... Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Zumindest hat er nicht die Struktur geschwächt, aber er hat auch hier einen Bauern verloren. Und... Ja, das ist einfach gut. Vor allem, wenn man den Läufer auch noch bekommen hat. Das ist schon ein wichtiger Läufer, dieser Karo Kahn-Läufer auf der Diagonale. Also hier steht weiß, klar besser. So, Läufer D3, C5, natürlich der Hebel. Das ist klar. Kann man vielleicht sogar schlagen, den Bauern auf C5. Wahrscheinlich sollte er jetzt Springer EC6 machen. Okay, der ist gut. Das ist gut. Guter Zug. Öffnet den Läufer, öffnet den Springer. Öffnet die Dame. Das ist gut. Fair9JP9Physik sagt, ich wette 1.000 Euro auf Team Hoshi. Ja, gute Wette. Mit wem wettest du den 1.000 Euro? Das hat er nicht gesagt, aber vielleicht mit sich selber. Welche Chatwirt verwendet Thorsten? Ich sehe alles. YouTube, Twitch, Facebook. Grüße gehen raus. Und also Facebook natürlich wie immer. Ist alles hier dabei. Ah, das sieht schon gut aus für weiß. Dame gehe ich hier auch ein guter Zug. Die Langeochade vor. Oh, das sieht schon richtig übel aus. Ja, der Bau auf G7, den kriegst du nicht gut verteidigt. Nein. Könige Fachturm, G1. Ja, Könige Fachturm. Du musst irgendwie die Langeochade anstreben. Ich glaube, musst du wieder Läufer F8 machen. Läufer F8, ja. So wie es tut. Läufer F8, aber das ist halt ohne Ende Entwicklungsnachteil. Ja, Langeochade bietet sich an. Ja. Man kann auch sowas über Springer B5 vielleicht nachdenken. Aber, okay, Springer D7, der Bau auf E5 hängt. Ja, ja. Kann man reinhacken irgendwo auf D5? Ist noch zu früh vermutlich. Moment mal, kann man... Boah, Dame E6? Das geht nicht ganz leider, aber das wäre genial. Fe6, Läufer G6, G7, Läufer G5, aber Springer F6. Geht nicht ganz. Das wäre natürlich schön. So, jetzt muss die Dame raus. Dame A5 oder sowas. Und dann Langeochade. Ah, 6. Zu langsam. Zu langsam. Jetzt muss es knallen. Jetzt muss es knallen hier. Springer D5. Springer D5. Na, ist aus. Ja, ist komplett los. Da steht alles richtig jetzt. Für den Knall. Für den großen Knall. Ja, ist eine gefährliche Variante. Wenn er sich vorbereitet hat, der Beta Lem Curry. Aber vielleicht spielt er das immer. Dieses Springer C3, G4. Oder, ja, Springer D5 macht. Läufer G5 gefolgt von Damen schlägt E6 vielleicht als Idee. Wäre auch schön gewesen. Er darf nicht nehmen. Er muss wahrscheinlich Dame A5 machen hier. Ja, er muss irgendwie seinen König aus dem Zentrum holen. Es droht wiederum übrigens Damen schlägt E6. Nur mal nebenbei. Ja, hier droht Dame E6 und Läufer G6. Matt. Matthäus. Deswegen Dame raus, ja. Dame A5 macht er. Ja, das muss sein. Endlich. Das hätte er sofort machen müssen, weil Springer B5 war keine Drohung. Nee, A6 war zu langsam. Ja, ja. Okay, jetzt droht Dame D5 wahrscheinlich. Vielleicht auch noch nicht mal, aber. Ja, ist die Frage, was er jetzt macht. Das ist nicht offensichtlich. Und Dame A2 liegt auch in der Luft. Von daher Dame A5 war jetzt sehr wichtig. Ja, Springer C3 zurück einfach, ne? Ja, aber gut. Ja, das wollen wir doch sehen. Das wollen doch die Fans sehen. Volle Kalle drauf. Da läuft er G6. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, wenn jetzt Schwarz einfach lange auch Hades spielt und sich verabschiedet, ob das hier klappen wird. Egal. Das ist hier spannend. Das ist spektakulär. Stimmt, weil der Springer hängt, ne? Ja. Es könnte vielleicht klappen irgendwie und mit trotzdem E6, E7, aber riskant auch. Also es kann auch nach hinten losgehen. Ja. Aber auch hier. Königssicherheit ist zehnmal wichtiger. Jetzt hängen bei weiß zwei Figuren. Ja, jetzt hängen ein paar Freunde hier. A2 auch noch. Das könnte sich hier auch ganz schnell, könnte das ganz schief laufen für weiß. Was ist mit Läufer schlicht E7, E schlicht D5, dann E6 und ich glaube, weiß gewinnt einfach. Jofft Replay ist, natürlich können hier alle mitspielen. Wie du siehst, werden immer die Spieler gepaart mit ungefähr ähnlichen Wertungszahlen. Insofern, wenn du Mitglied bist oder Sub, wie auch immer, kannst du auch dich gerne anmelden. Na komm, Julius, du musst auf D5 nehmen, sonst hast du einfach drei Bauern weniger. Ja. Er nimmt auf A2, okay. Er will jetzt das Schach geben, aber wie viel macht das Schach? Jetzt nimmt weiß auf E6 und ein Schach, das macht nicht so viel. Er hätte den Springer schlagen müssen. Ja, Dame A1, Dame schlicht B2. Ja, gut, aber der König läuft weg. Nee, Springer E7, nee, Quatsch, nee, nee. Der König läuft wahrscheinlich weg nach F1 und dann, boah, spannend, spannend, spannend. Ja, das ist too much, das ist too much. Schwarz hat nichts im Spiel. Oh, zehn Sekunden auf der Uhr. Ja, er muss auch was ziehen langsam, ne? Er muss was ziehen jetzt. Nein, nehm doch auf B2. Ja, das jetzt, keine Ahnung, was er will. Naja, er gibt aber nur irgendwelche Schachs. Vielleicht wollte er auf B5, aber der König, der wird weglaufen, den kriegt man hier nicht. König E2. Ja, das ist... Er hätte zumindest auf B2 schlagen müssen. Gibt noch einen Schach, aber wie gesagt, der König, der verabschiedet sich. König E3. Läufer C5. Ja, es gewinnt alles. Läufer D7, Springer B6, es gewinnt alles. Ja, das ist recht geradlegend. Läufer D7 und Springer B6. C4 hatte ich auch überlegt. Stark. Aber da ein B3, es macht jetzt noch nicht so viel, sieht erstmal nur fancy aus. König G2. König steht hier safe, weiß hat ein paar Bauern mehr. Drei sogar, ne? Aktuell Dame A4. Was soll denn Dame A4? Ja, muss irgendwas ziehen, hat der nur A7 Sekunden. Dame B2, macht doch 2 überschlagen. Ah, okay, hier. Okay, die Partie geht weiter, weil... Oh, jetzt Dame D7. Für die Galerie. Ja, für die Galerie, bitte. Ja, Dame hat nichts zu suchen auf A4. Was können wir mal dir hingezogen haben? Huch. Okay, das macht auch keinen Unterschied. Vielleicht noch am Schnaufen. Um weniger. Ja. Aber gut, immerhin geht die Partierung ein bisschen weiter, ne? Wobei... Gleich Dame G4 Schach. Oh, nein, warum denn Läufer E3? Ja, es ist trotzdem kein Dauerschach. Ja, aber das macht es ja jetzt wieder unnötig spannend. Turm D8, ach du, Jemine. Jetzt läuft der König wieder rüber. Von der einen Seite zur anderen, zur anderen zurück. Moment mal, das ist doch jetzt hier Dauerschach. Ach du, Jemine. Ja, völlig verdient uns forciert. Remy durch Dauerschach. Da können wir uns, damit die vier kommen, ja sicher. Völlig verdient ist... Nein, nein. Völlig verdient ist Remy. Super gekämpft, super gekämpft, Julius. Das stimmt, aber er hat wirklich dann die Dame auf dem Brett behalten und so hat er sich die Chancen überhaupt noch am Leben gehalten. Völlig verdient. Läufer G3, hier, Turm D7, völlig verdient. Oh Mann. Ich wusste gar nicht, dass der König so eine gute Kondition hat. Einmal hin und her gelaufen, zweimal, ne? Geil. Ja, das war crazy. Der stand schon auf B1, jetzt steht er wieder auf B1. Ja, die letzte Chance war dann, glaube ich, Turm D8, Schach, König C3, weil dann hat Schwarz kein Schach geboten mehr, wobei der Turm hängt auch auf D1 und Weiß dort sowieso keinen hat. Also Läufer G3 hat nichts bewegt. Naja, gut, Moment mal, wenn er König C3 macht. Ja, Turm D1. Turm D1, ne. Aber gut, Weiß hat natürlich so viele Bauern, das sollte schon gewonnen sein, aber die Partie geht erstmal noch weiter hier. Ja, es ist gewonnen. Ups, damit hilft. Ja, König C2 ist dann Dauerschach, ja. Er muss König C3 machen. Ja, sehr, sehr spannende, spektakuläre Partie hier. Ich glaube, zwischendurch auch nicht immer korrekt. Ach doch, tatsächlich, Läufer schlägt F7 auch nach E schlägt D5, E6. Es ist komplett gewonnen für Weiß. Wow. Völlig überraschend, ja. Ne, ich glaube, eigentlich genial gespielt von Bitterlemon Curran, hat sich einfach nicht selber belohnt. Zu viel Schärfe gerührt. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.